Ich mache auch demnächst, also wenn ich jetzt nochmal mit Gingertviel kämpfe, eine Analyse. Erstmal gehen wir hier so schön im Kreis. Also, das hat mir gerade nicht so gefallen. Um ehrlich zu sein, ich wusste nicht, was ich da machen soll. Okay, jetzt greife ich mit Rosa an, aufs Doofheit. Was ist denn stark gegen eine Mauer? Ich dachte Titan vielleicht, aber... Das ist auch wieder so ein Boss, bei dem ich so ein bisschen Probleme habe, anscheinend. Ich hoffe, das passiert nicht so oft. Ich bin zurückgegangen, weil die Karte nicht komplett aufgedeckt war. Ähm... Ich habe leider auch mit Redia normal angegriffen, als ich dumm bin. Ich meine, so sparen wir auch MP, ne? So ist es ja nicht. Habe ich wieder mit Redia angegriffen? Nein. Äh, ich brauche eigentlich gar nicht mehr auswählen, aber mache ich trotzdem mal. Oder kann ich einfach tot auswählen und die Mauer damit besiegen? Ich glaube nicht. Kann ich die Mauer, ähm, mit Weißmagie besiegen? Also es war ja irgendwie eine Falle. Ich habe ja gesagt, da ist ja irgendwie... Was, ähm... Mit sowas habe ich jetzt aber auch nicht gerechnet, um ehrlich zu sein. Eigentlich schon, weil ich kenne das Spiel ja. Und ich weiß, dass... Ich wusste, dass die Mauer irgendwie im Spiel ist, aber ich wusste nicht mehr genau, wo. Aber ich weiß nicht, wie ich die besiegen soll. Und deswegen eine Analyse, weil ich habe sonst keine Ahnung. Wäre ich jetzt intelligent gewesen, hätte ich das in der Mitte auch, ähm... In der Mitte hätte ich das auch, äh... Gebeten. Hätte ich das in der Mitte jetzt auch aufgedeckt. Und hätte gespeichert, dann müsste ich das, wenn ich nochmal sterben, falls ich nochmal sterben sollte, das nicht nochmal alles aufdecken müssen. Naja. Ich meine, ich könnte jetzt nochmal zurücklaufen und speichern, aber das mache ich jetzt auch nicht. Okay, ich weiß echt nicht, wie ich die Mauer besiegen soll. Weil wir haben ja eigentlich gut Schaden gemacht die ganze Zeit. Aber ja, dieser gute Schaden hat anscheinend nicht gereicht. Wieso habe ich eben irgendwas mit Norden gesagt, als ich das da vorgelesen habe. Ah ja, hier ist ja genauso wieder was zum Aufdecken. Nicht gegen die Wand laufen. Ist auch so unnötig. Das hätte ruhig auch wieder einer dieser Räume sein können, wo alles aufgedeckt ist. Wahrscheinlich beim Ausgang ist wieder. Okay, dann muss ich Final Elixier. Damit heile ich alle, aber damit belebe ich halt nicht wieder. Also, damit belebe ich halt nicht alle wieder. Ähm, Angriff. Angriff. Gebeten. Angriff, Schwarze Magie. Witzka. Vielleicht hat das, hat die Mauer auch irgendwie, weil die ist ja manchmal nicht vorgerückt. Vielleicht mag sie Magie nicht. Also, wenn man Magie einsetzt, dann rückt die nicht so schnell vor. Das könnte ja sein. Denkt ihr überhaupt was anderes? Wir scheinen rechtzeitig hier zu sein. Wo ist, wo ist Gold, Gold ist? Das ist unsere letzte Hoffnung. Wir müssen den Kristall beschützen. Ha, das war ja noch einfacher als gedacht. Diese Präsenz, ich, ich habe sie schon einmal gespürt. Sehr gut, wir haben den letzten Kristall vor dem Feind erreicht. Das kann man leider nicht überspringen. Man kann nur die Textboxen wegdrücken, aber mehr auch nicht. Ich finde es lustig, dass einfach, äh, die Wand einfach, äh, einer vorne gerückt wird. Das, äh, macht einfach keinen Sinn. Äh, werfen, Fuma, Dingens, äh, Heismagie, Analyse, Angriff. Angriff, Angriff, Heismagie, keine Ahnung. Ich mach mal ein, ich versuch mal ein Tod. Analyse. Ja, ja, wir wissen das. Keiner Blick, äh, finde ich jetzt nicht so toll. Äh, werfen, Schuriken. Okay, das hat keine Wirkung. Angriff. Angriff. Heismagie, Medica, auf sich, auf sich selber. Werfen, Schuriken, Schwören, guck mal, wie viel der Drache macht und wie viel Titan macht. Angriff. Ich lass Kayn diesmal nicht springen, weil, äh, vielleicht ist, ähm, es nicht mehr so ein bisschen schneller als mit dem Sprung. Werfen, Schuriken. Ja, weg damit. Ähm, Angriff. Oder hab ich einen Weißmagie, der uns verstärkt irgendwie? Also, unseren Angriff verstärkt. Haben wir Berserker oder sowas? Schuriken. Angriff. Angriff. Äh, hab jetzt nicht drauf geachtet, wie viel der Drache macht. Äh, weißt du, Magie, haben wir irgendwas Gutes? Wallung. Gebot, Wicht, Bann. Erzengel, Reflex. Hammer, Stumm. Ja, ich versuch mal Stumm. Werfen, Schuriken. Hat keine Wirkung, natürlich. Beschwörung. Ich hab wieder nicht gesehen, wie viel der Drache macht. Medika, auf sich selber. Werfen, Schuriken. Angriff. Angriff. 3.870 Ähm, Angriff Ne, dann klöpfe ich an Schwören den Drachen Ne, Angriff Zermalm ist jetzt nicht so geil, ne? Werfen Also, Scheiße Werfen Schuriken Angriff Scheiße Angriff Müssen jetzt alles geben Ah, Cain ist tot Beschwören, Drache Das dauert zu lange Ich hab einfach Versuch, also Ich versuche, dass der Drache jetzt Das Vieh tötet Deswegen hab ich einfach nochmal Drache eingesetzt Weil Genau das hab ich gehofft Leider kriegt Doridia die ganzen Erfahrungspunkte Sie hat's auch verdient Die anderen liegen nämlich Boah Leckt mich 399 1996 Video ist einfach mal Fünf Stufen gestiegen Wieso nicht Tornado und Flammen Geschafft Von so einer Wand Lassen wir uns doch nicht Den Schneid abkaufen Äh, ja Zuerst die Touren Und dann auch noch die Wand Was für ein Schock Ähm Ich muss erst mal Ne Phoenix Feder einsetzen Auf rosa Und dann kann sie mich mal Wie heilen Und wieder beleben Dann wie grau Alle Wenn jetzt hier abstürzen würde Das wäre natürlich Kotze Over 9000 Noch sind wir hier nicht raus Wir müssen wachsam bleiben Eine letzte Falle Um den Kristall zu beschützen Alles klar Man kommt leicht rein Aber schwer wieder raus Nein Nicht noch Nicht Nicht noch einmal Oh nein Ich glaub ich weiß was passiert Nämlich wenn man So ein bisschen Darauf achtet Was Cain denkt Dann kann man sich denken Was passiert Nein Nicht noch einmal Hm Schnell in den Speicherraum Ich äh Muss mich mal wieder Anders hinsetzen Damit ich ein bisschen Mehr wieder Mittig bin In der Festscam Und vor allem Vor dem Mikrofon Auch wieder Mittig Ähm Beten Komm Edge Mach es fertig Oder Ist es schon so tot Lidia ist ja Level 60 Hab ich vergessen Die anderen sehen da Ganz schön alt aus Ne Von den Level her Okay 57 Ist Cecil und Cain Aber 60 Ist krass Das wär gut gewesen Wenn Edge überlebt hätte Edge hätt natürlich nie getötet Aber Das Vieh Weil er zu schwach ist Aber Es wär halt besser gewesen Für die Level Da ist das selts Für Edge So viel haben wir jetzt auch nicht gezaubert Würde ich sagen Dass wir da eine Hütte verbrauchen müssten Ich klicke immer auf die falschen Tasten Oder drücke die falschen Tasten Ich höre jetzt gleich aber auch auf Ich bin zwar nur zwei Nur Zwei Stunden dran Aber Ich bin auch nicht zu lange Irgendwie Da habe ich jetzt irgendwie nicht so Den Bedarf für heute So lange zu spielen Manchmal ist das so da Dass ich halt ein bisschen länger spielen möchte Aber heute irgendwie Kam ich von hier Ich glaube schon Ich bin ich mir verlaten Ich bin mal Ich bin mal Und ich bin mal Ich bin mal Sooo. Meine Güte. Hau sie kaputt. Kackviecher. Ah kacke. Mit Cain war ich ein bisschen zu langsam. Beziehungsweise mein Hörner hat ein bisschen abgeschaltet. Deswegen kam das vorher vorher. Ich glaub das ist gar nicht mal so schlecht, dass Redia so ein hohes Level hat. Da ging es nicht raus. Ich war dann hier hin. Dann war die zweite, warte wir müssen hier noch raus. Die zweite Tür von links war ein Speicherraum. Da würde ich erstmal kein Zelt für rauswerfen wollen, sondern einfach nur speichern. Aber was können. Ich weiß, ich könnte mich auch raus teleportieren und alles. Ähm, lassen wir das aber mal. Wegen Leveling. Weil die andere... Vom Spiel ist das ja ausgesehen, ähm... Wir beten. Dass... Die alle eigentlichen Level abbekommen hätten müssen. Oder ein oder zwei oder ich weiß nicht wie viele. Dass die alle Erfahrungspunkte hätten bekommen müssen. Hätten bekommen müssen. Haben sie aber nicht. Deswegen will ich die hier alle nochmal ein bisschen leveln. Weil sonst kacken die alle ab. Und Redia... Ist zwar geil, dass die jetzt Level 60 hat und so. Weil das hilft dann glaube ich auch im Großen und Ganzen nicht so viel weiter. Wenn nur ein Charakter und dann Redia Level 60 hat. Ich meine, die kann halt gut reinhauen. Aber nicht so gut einstecken. Ähm... Okay, er sagt nur dasselbe. Ich will halt aufhören, weil... Ich bin so... Ich fühl mich so ein bisschen schlapp. Und red ja auch nicht mehr so viel. Ich versuche die 왜 jetzt? Aufhören... Ja, man... Merks ich rede nicht mehr so viel. Ähm... Die Kämpfe... die nerven jetzt nicht aber die helfen meiner konzentration nicht gerade selber quatsch vor allem diese kämpfe es sind hat so als wir waren schon ziemlich lange hier in dieser höhle das sind immer dieselben kämpfe und wir werden halt immer besser weil wir aufleveln und deswegen macht die nicht mehr so viel spaß wie am anfang noch es ist in flammen tornado weiß ich was das ist das macht einfach offen auf einer sehr hohen laberste einer sehr niedrigen kp zahl stellt das den gegner also wenn ich das einsetzen würde hätte sie noch fünf kp oder sowas oder eins oder sowas das war auf jeden fall in orkan ok zwar auf jeden fall in dingens so in final fantasy 3 und die elementarfürstin hat das auch genutzt und das war hat genauso gewirkt das war flammen ein einfach mal sehen kann das nur auf eine einzige auf einen einzigen gegner machen deswegen lassen wir das mal weiter drauf ich hoffe sowieso gewonnen weil ich glaube ich heile mal edge und rosa weil die sind so ein bisschen zu schwach für meine das was ich will ich ein bisschen angst habe weil ich glaube ich weiß was jetzt kommt oder so was in der richtung auf jeden fall ich will sich sagen was genau passiert aber ist nicht gut das kann schon mal behaupten bilden das ist jetzt nicht so gut wir sehen erst das viel ja das viel muss erst besiegt sein die mehr im boss bevor wir magie einsetzen weil die anderen chimian kimian was auch immer die wurden ja geheilt durch elementar attacken und das will ich ja nicht noch mal haben ich habe das zwar bei dem hier nicht ausprobiert bei den chimian was ob das so ist aber ich kann mir das gut vorstellen ich setz mal flammen ein einfach mal zum gucken die idee vorher nicht töten naja so ein kack naja macht zwar viel schaden aber die animation ist ein bisschen wäscherlich ich war groß und so aber das heißt groß heißt ja nicht immer geil ich fühlte ich will jetzt hab ich dich gut versaut ich fühlte nur was an ihm wollte ich sagen weiter hin ging das hier ja doch hier ging das seil runter dann gehen wir das wieder hoch auf der anderen seite Ja, die Gebete bleiben in letzter Zeit so ein bisschen unerhört, deswegen, ähm, würde ich sagen, Kacke, jetzt habe ich mit Hose angegriffen, aber ist nicht schlimm. Vielleicht tötet sie das Vieh sogar. Ne, voll gar. Ähm, ich würde sagen, ich heile mal außerhalb des Kampfes nochmal. Boah, also es ging ja die ganze Zeit eigentlich gut, innerhalb des Kampfes heilen und so. Aber, ähm, weil die Gebete in letzter Zeit ausbleiben. So ein bisschen, äh, würde ich das gerne so machen wollen. Jo, war schon. Dann hier hoch. Dann sind wir schon fast wieder draußen. Fast. Hier ist er noch. Was? Natürlich. Was? Kane. Komm zu mir. Kane. Bring mir diesen Kristall. Golbes. Kane. Hör nicht auf. Hör nicht auf. Hör nicht auf ihn. Sei stark. Keine Sorge. Ich bin wieder ich selbst. Ja, toll. Äh. Der dunkle Kristall wurde entwendet. Verräter. Kane, was tust du? Ihr unterschätzt meine Fähigkeiten. Ich hatte seine Leine gelockert, um jetzt wieder fest an ihr zu ziehen. Mit diesem letzten Kristall ist der Turm von Babel komplett. Ich werde zum Mut reisen können. Komm, Kane. Kane, komm zur Besinnung. Kane. Alle Kristalle sind nun versammelt. Der Wichs und Mut steht offen. Du dumme Sau. Komm zurück. Wahaha. Kane. Verflucht. Und jetzt? Okay. Nix erstmal. Äh, warte mal. Lande nochmal in der Runde. Lande. nochmal. Wollte nochmal die Gedanken von allen lesen. Warum, du Kane? Warum verrätst du uns erneut? Kane, warum wirkt Goldes Bun nur bei dir? Er fand ich ja Spion. Na, den Kerl mochte ich ja vom Anfang an nicht. Will das Lässe nur Rosa sagen ein Wort? Na ja, Redia weiß ja auch nicht, dass wir verraten wurden von dem... Also schon einmal. Äh, wo fliegen wir denn hin? Zu den Zwergen? Irgendwie die Steuerung will nicht so, wie ich will. Weil ich weiß gerade nicht, wo wir hin sollen. Ich flieg mal zu den Zwergen, vielleicht wissen die was Bescheid. Gehen wir mal zu König Giort. Wir sind Krankenschwesterin, die er richtig gehört für Menschen auch gemacht hat. Oh je, ihr seid zurück. Ich darf annehmen mit dem letzten Kristall. Wir hatten leider kein Glück. Oh je. Dann hat er jetzt also alle. Somit verbleiben uns keine Möglichkeiten mehr. Seitdem, die Legende vom Mondwahl bewahrheitet sich. Mondwahl? Ein großartiges Schiff, welches in den längst vergangenen Tagen gebaut worden sein soll. Es gibt da eine Legende, geboren aus dem Drachenschlund. So beginnt auch die Legende von Mysidia. Ihr kennt Mysidia? Ein Ort auf der Oberwelt, in dem nur Magier leben. Wollt ihr mit sagen, Mysidia gibt es wirklich? Wir wissen, der Älteste von Mysidia hat sich in den Turm der Gebete zurückgezogen, wo er auch jetzt für uns betet. Der Älteste, der betet, will er vielleicht den Mondwahl erwecken? Ja, das muss es sein. Wir müssen daran glauben. Mysidia ist die Antwort. Ihr müsst sofort nach Mysidia reisen. Aber der Weg nach oben ist jetzt versperrt. Wir können uns auch dem Turm von Babel nicht mehr nähern. Nicht jetzt, wo alle Kristalle versammelt sind. Also, ihr könnt wirklich froh sein, mich zu haben. Sit? Ja, sit. Ich bringe einen Bohrkopf am Punkt des Falken an. Damit können wir uns durch das Felsgerill graben, das den Weg nach oben versperrt. Was sind denn deine Wunden verheilt? Wir haben jetzt wirklich keine... Wir haben jetzt wirklich wichtigere Sorgen als ein paar Kratzer an meinem alten Körper. Du schaffst das wirklich? Lass das mal mir, Junge. Ich schaffe alles. Ja, wir verschließen das Loch, damit wir es wieder öffnen. An die Arbeit. Wie, dass wir da einfach nur so rumstehen und zugucken. Und Edge und Rydia reden miteinander. Der Edge. Wollt der Rydia anmachen, oder was? Oder wieso guckt der so betröppelt in der Gegend rum? Oh Gott. Was ist denn jetzt los? Sit. Sit. Und du dich immer überanstrengst. Scheint wirklich so, als sollte ich die langsam Jüngeren das Feld überlassen. Meine Verfassung vollbringe ich außer Mechaniker arbeiten ohnehin nichts Großes mehr. Wirklich Alter, dir kann man echt nicht beikommen. Werde schnell wieder gesund. Passt mir ja gut auf Cecil und Rosa auf, hört ihr? Aber sicher, du kurier... Du kurier dich hier schön aus. Cecil und Rosa gebt auf euch acht. Du auch, Sit. Geht jetzt, ihr könnt es euch nicht leisten, hier eure Zeit mit einem alten Mann zu verschwenden. Danke für alles, Sit. Lass sie nicht über Cain reden. Ihr kommt schon ohne mich zurecht. Wenn ihr... ...dich vermisst, tut einfach so, als wäre ich das Schiff. Okay. Messidia, da war dann in der ganze Wahnsinn seinen Lauf nah. Danke, Sit. Jetzt können wir nach Messidia. Der Mutwahl, ist das irgendein riesiges Kriegsschiff? Frachen Schlund, gibt es denn so große Derechen in Messidia? Dann würde ich sagen, fliegen wir nach Messidia und dann gucken wir mal weiter. Ähm, hier längs. Bin ich geheilt? Ähm. Ja, Steuerung, hör auf, hör auf, hör auf. Ähm, nicht wirklich. Nicht Schluckauf, nicht jetzt, nicht in der Aufnahme. Das muss ich jetzt aufhören, wenn ich wirklich Schluckauf bekommen würde. Das habe ich manchmal, dass ich die Aufnahme gerade beginnen will und dann kommt plötzlich Schluckauf. Und dann, äh, äh, dann beginne ich die Aufnahme dann doch nicht. Das ist ja, ich bin 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 ja. Bis zum nächsten Mal.